Hallo, mein Name ist Oliver Polack und ihr seht mich auf Netflix bei Your Life's Joke. Der Name des Netflix-Specials über mein Leben wäre auf jeden Fall Oliver Polack, ein Leben mit Käseverband. Also mich würde auf jeden Fall spielen, entweder Christian Ulm oder meine Mutter, weil die kennt mich einfach sehr, sehr gut. Ich glaube, die würde es richtig gut machen. Dein Leben ist ein Witz, wenn dein Leben ein Witz ist, was aber ganz geil sein kann. Ja, das war schön und ihr könnt mich jetzt sehen auf Netflix gleich. Your Life is a Joke. But everything is okay.